So, da bin ich wieder nach dieser Todes... ...Gang des Todes aus der Hölle. Und jetzt kommen wir es mit Vögeln zu tun und die töten einen nicht direkt, erstaunlicherweise. Gut. Sondern sie schieben einen nur um ihn her. Stirb. So, kam hier gar nichts, was mich tötet? Ja, normalerweise kommt hier der erste Speicherpunkt. Punkt für normale Spieler. Also Pfad. Das ist ja normal schwierig, weil es gerade hier ist. Und ich hoffe, das Teil glitscht nicht wieder so. Und ich hoffe, ich spring nicht zu häufig in Stacheln. Und mir fallen nicht zu viele Äpfel auf den Kopf oder so ein Zeug. Boah. Wer hat die Stacheln da hingesetzt? Ja, manchmal kommt man da so durch. Darum weiß ich auch nicht, was ich... Zu früh. Hm, vorne wieder so halb durchgefallen. Das nervt. Genauso wie es nervt, einfach nur in Stacheln zu springen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Also ich glaube, den anderen Safe gibt es sicher... Relativ sicher auch nicht. Auf Hard. Ach ja, dann kam der. Manchmal. Das ist wieder so ein Todesgang. Auf einer Todesplattform. Des Todes. Aus der Hölle. Aus der Todeshölle. Ach, da wollte ich wieder ein Stück zurück. Los. Lächerlich. Na komm schon. Kidd, das hast du alles schon einmal geschafft. Denk dran. Und fallen nicht durch Plattformen durch. Die sind fest. Es gibt genug Sachen, die dich hier töten. Du musst nicht auch noch durch Plattformen fallen. Und dich selbst töten. Das Ende da hinten ist mies. Jetzt hat man extra noch betonen müssen, dass hier irgendwas mies ist. Komm schon. So. Oh, ich bin wieder durch eine Plattform gefallen. Das ist doch ein ganz großer Scherz. Ey, hör auf damit, Kidd. Ich meine, was soll der Scheiß? Wenn du keinen Bock auf dieses Spiel hast, dann sag's ruhig. Sterben ist jetzt nun wirklich nicht das andrucksvollste Protest mit einem kurzen Moment. Ne, ich bin auch gerade einmal off-screen runtergefallen. Da, schon wieder. Ich meine, ich falle ganz eindeutig halb durch die Plattform. Irgendwas muss ich ja auch darauf machen können. Ist ja nicht so, als hätte ich sowieso schon allzu viel Möglichkeiten. Nein, zu weit. Der Stachel ist nicht hochgekommen. Das hat er manchmal so. So, hier nach rechts, äh, links geht's nicht. So geht's weiter. Hm, okay. Hallo? Und sonst, hallo? Genau. So, da kann ich durch. Zombies, ja, Zombies. Kann man mit einigen Schüssen platt machen. Äh, an dem kann ich vorbei. Zu weit. Zu kurz. Och, zu unfair. Ey, können wir mal aufhören, den Scheiß-Zombie direkt hinter mir spawnen zu lassen? Das ist doch beschiss. Ich falle und... Ja, das wusste ich sogar. Aber irgendwie ist da relativ schwer, so einen ganz kurzen Sprung zu machen. gut. Gut. Yes. Nein, 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 nein! Gut, gut, gut. Ach, das ist doch unfair. Ja, aber... Wen wundert's bei diesem Spiel? Es hat auch nie was anderes behauptet, fair zu sein. Puh. Puh. Komm, so schwer ist das doch gar nicht. Also, tödlich trotzdem. Ich hasche es, wenn der hinter mir spawnt. Stirb doch endlich. Wieso könnt ihr keine Äpfel auslösen? Woher wissen die Äpfel, dass ich da drunter herlaufe? Oh, ein Mischspiel. So. Äh. Mhm. Warten wir halt und gucken, wo er spawnt. Ich tippe so leicht an wie möglich. Aber ich weiß nicht, wie. Wieso? Ja, natürlich. Zu weit. Nach welchem... Nach welchem beschissenen Prinzip ich ja manchmal nicht... ...so hoch springt oder die auslöst oder was auch immer. Na, probieren wir es so... ...nach mal wieder so schräg. ...dumma zummi, duma zummi, duma zummi, duma zummi. Hm. Okay. Ja, ja. Ach, das gibt's nicht. Hm. So. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, das hab ich sogar überlebt. Das nicht. Ich weiß nicht nach welchem Prinzip er das macht. Ach, komm, so weit war ich doch gar nicht. Oh, ist das hier ein Zombie-Shooter oder was? Ach, wo komm? Ist doch lächerlich. Lächerlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht nach welchem Prinzip ich da manchmal durchkomme, wenn ich mal nicht. Einfach nur. Ach ja. Zum Aufregen. Das ist ja noch nicht negatisch. Ich weiß nicht, was ich ja verrückt. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht nach dem, Expectruck, wie ich es gewohnt. Ich weiß nicht, was ich nicht nachdem. Wenn ich mich nicht nachdenke, was ich geschieht. Das ist ja noch nicht der ganze Zeit. Das ist ja noch nicht der Underspieler. Bis zum Schluss. Das ist ja noch nicht der Grund, was ich jetzt sagen. Achtung nachdem ich mich so etwas anderes, wenn wir es pressen. Das ist ja noch nicht mit. Das ist ja noch nicht. Ich bin es ja noch nicht. Und weil der vierte auch nicht da rausgefallen ist, kann ich nicht mal versuchen, von hinten dran zu springen, um die irgendwie auszulösen. Einfach nur beschiss. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Folge schon längst fertig ist. Weil so schwer ist das ja eigentlich ja gar nicht. Hm. Ja. Ja. Kurz einen Moment. Ja. Ich. Ganz einfach mal neu gestartet. Vielleicht fällt ja jetzt wieder der Apfel runter. Also nicht der. So. Ich weg. Dich weg. Dich weg. Euch weg. Ja. So was hatte ich denn nicht auch halbwegs in Erinnerung. Und geschafft. Ja. Das gibt's beim nächsten Mal. Das waren jetzt wieder knappe 20 Minuten. Macht's gut.